Hallo zusammen, mein Name ist Priska, ihr Sprachtrainer-Berater. Wenn man General mag gesprochen, du kannst denken, dass mein Deutsch ist okay, aber ich kann noch nicht gut sprechen. Mir fehlen oft die Worte, ich sprache lange, um etwas zu sagen. Aber warum? Warum? Wenn man Angst vor Sprechen hatte, dann sollte man sich vielleicht fragen, woher diese Angst kommt. Lass mich raten, verstehst du immer noch nicht manche Grammatik-Themen? Fällt dir vielleicht der Wortschatz? Oder bricht bei dir die Panik aus, wenn du spontan sprechen musst? Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe die ultimative Lösung für Sie. Einfach melden Sie sich für den Deutschunterricht am Rifkins College an. Der Link ist unten dieses Video. Sie können auch Online-Campus-Link des Rifkins College belegen. Es gibt mittlerweile meinen A1-Kurs, normalerweise erlernen Sie zunächst den ersten bei den Niveaus, A1 und A2, für einen Zeitraum von 6 Monaten. Bald kommt auch mein A1-Kurs, vielleicht ist er schon draußen, wenn du dir dieses Video anschaust. Wenn Sie dieses Video anschauen, dann schon veröffentlicht worden. Wenn du Fragen zu meinen Kursen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Bis bald!